Also, es war sehr lustig beim Drehen. Meine Lieblingsszene ist die Autofahrszene. Und die Szene, wo Rico und Oskar auf dem Dach sind und Rico und Oskar jetzt echte Freunde sind. Ja, du mir hat eigentlich auch alles gut gefallen. Meine Lieblingsszene ist die Eiss-Szene. Wann habt ihr denn gedreht? In den Sommerferien? Also, Ende Sommerferien hat es bei mir, ich komme ja aus Sachsen, und da hat es Ende der Sommerferien angefangen. Und ja, bis Anfang Herbstferien. Super als Heiming. Wie lange habt ihr den gedreht? Die Wochen. Nee, acht Wochen. Acht Wochen. Entschuldigung.